Hallo und herzlich willkommen zu den Reit-TV-News. Wir sind mal wieder im Haus Kirst und drehen ein weiteres Video für euch. Diesmal geht es um die passende Steigbügellänge. Am Wochenende waren wir gemeinsam mit Dressurreiterin Kathleen Keller bei den Gewinnern unseres Stallgemeinschafts-Gewinnspiels. Insgesamt zehn Pferdreiterpaaren gab Kathleen Keller wichtige Tipps und Tricks zum Thema Dressurreiten. In der letzten Woche haben wir für euch gebastelt. Unser erstes Do-It-Yourself-Video zum Thema Bürstenverschönern ist jetzt bei reitv.de in der App und auf unserem YouTube-Channel online. Schaut doch mal rein! Was ist eigentlich ein Tiefsitzer und wozu ist ein Flachsitzer gut? Diese und weitere Fragen rund um das Thema Springsättel haben wir gemeinsam mit der Firma Stübben beantwortet. Das Video dazu gibt es morgen, also am Samstag, wie gewohnt auf reitv.de, in der App und in unserem YouTube-Kanal. Nächste Woche Donnerstag geht es weiter mit unseren Schlangenlinien. Nils aus dem Reit-TV-Vielseitigkeitsteam zeigt gemeinsam mit Reit-TV-Pferd Lucy Lu die Schlangenlinien durch die ganze Bahn drei Bögen. Und nicht vergessen, auch am Sonntag gibt es wieder ein Vorstellungsvideo aus unserer Reit-TV-Community. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!